So, da haben wir beide wieder ein paar mehr, weil ihr braucht nicht so viele. Ja, da oben sind wahrscheinlich Kräuter, die wir abernten können. Da hinten sind aber auch Harpchen. Oh, hier sind noch mehr Fässer. Ah, Zielwasser. Ich versuch mein Bestes. Ja, und hier geht es einmal um die Brettseite herum. Okay, jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Gut, da geht es hoch zum Prenzheim. Achso, die Straße führt zur Brücke. Okay, das... Klärt es hier. Die Brücke ist aber allerdings immer noch brode. Ah, wir können schon bald zur Brücke laufen. Autosave. Also ja, hier können wir nicht weiter. Wir können uns jetzt mit Harpchen rumschlagen da oben. Ja, kloppen wir uns jetzt mal mit Harpchen da oben. Sammeln die ganze Kräuterheit und dann geht es zur Miene. Wir können jetzt auf- und So. Wir können uns jetzt mal mit Harpchen, wie du ganzSON interessierst. Nein! We hacen thegressifte. Ja! Und dann? Ist das? Na klar, die Harpchen sind wenigstens angenehm, wirklich noch. Weil die nichts Böses können, wir halt stinken lassen. So, aber keine von denen Harpchen droppt, was? Schade. Du sollst sie nicht draufstellen, du sollst das Zeug bitte sammeln. Okay, irgendwie war das hier schon alles und wir müssen doch hier durch. Hm. So, sammeln wir hier erst mal. Sprech, Freund. So, da war es doch zwei. So, aber wieder keine Harp hier, die irgendwas droppt. Und da ist die verlassene Erzmine. So, und hier geht es hoch, glaube ich, zu den Harpchen, die wir vorhin gespawnt haben. So, und hier geht es hoch. So, und hier geht es hoch. So, ich bin hier. So, ich bin hier. So, ich bin hier. Wege genug Pfeile und Holzen und alles. Nein. Okay. So, so, so. Das nehmen wir auch mit. Von hier aus kann man sogar die Zwergentum sehen da oben. Ja. 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 Wie sieht's eigentlich mittlerweile... Oh, sie haben gute Erfahrungspunkte gesammelt. Oh, ne neue Truppe Harpchen. Hm. Ja, komm, schalten wir erst die Harpchen da aus. Ich komme ja mittlerweile alle zu zirken. Ja. 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 Was ich da schon ein bisschen schade finde. So, das heißt, wir können die verlassenen Erzmiede jetzt betreten, weil wir haben hier alles abgeklappert, was es gab. So, da gucken wir mal so die ersten Meter. Okay, das ist eine ziemlich große Mine dann. Muss sie aber wohl sein. Oh, da ist Warkspirre. Das bin ich. Aufpassen. Folgt mir. Okay. Und ja, Ivetar ist very, very voll. Okay. 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 Okay, erstmal die Große wegmachen. Die ist gefährlicher. 3G zählt aus Stichtreffer und sie ist tot. Gut. Bevor sie zu viel Schaden anrichten kann. So, dann nehmen wir die mal auseinander noch und dann wird es langsam wieder Zeit zu speichern. 3G zählt aus Stichtbewerden. 2G zählt aus Stichtbewerden. So, die können zu mir Und ja, wie gesagt Wird es Zeit mal wieder zu speichern Das ist jetzt LP 31 Speichern Und dann sehen wir uns gleich wieder Bis zum nächsten Mal